In diesem Video möchte ich dir den sogenannten ACP vorstellen, den Akkusativ mit Partizip. Das ist eine ganz besondere Konstruktion. Ich zeige dir, nach welchen Regeln so ein ACP gebildet wird und welche Übersetzungsmöglichkeiten es gibt. Danach gebe ich dir noch ein paar Beispiele zum Üben. Doch genug geredet. Schauen wir uns eine kleine Szene an. Wie desne gladiatoris in arena pugnare? Siehst du, dass die Gladiatoren in der Arena kämpfen? Bestimmt hast du erkannt, welche Konstruktion in diesem Satz auftaucht. Es ist ein ACI. Das übergeordnete Verb ist vides. Der Akkusativ ist gladiatoris und pugnare ist der Infinitiv. Formulieren wir den Satz doch ein bisschen um. Wie desne gladiatoris in arena pugnantes. Was ist passiert? Der Satz sieht fast gleich aus. Wie des ist das übergeordnete Verb. Gladiatoris der Akkusativ. Aber statt des Infinitivs pugnare steht die Form pugnantes. Das ist ein Partizip präsensaktiv. Kurz PPA. Es stimmt in Casus, Numerus und Genus mit gladiatoris überein. Aus unserem ACI ist ein ACP geworden. Ein Akkusativus cum paticipio. Übersetzen kann man das so. Siehst du, wie die Gladiatoren in der Arena kämpfen? Welche Regeln können wir für den ACP festhalten? Er steht oft nach Verben der Wahrnehmung, genau wie der ACI. Solche Verben sind zum Beispiel Das Partizip, meistens ein PPA, ersetzt den Infinitiv des ACI. Partizip und Substantiv im Akkusativ sind kongruent. Aber wann verwendet der Lateiner einen ACI, wann einen ACP? Der ACI steht, wenn ein Vorgang oder eine Tatsache erzählt wird. Der ACP dagegen betont, wie der Vorgang wahrgenommen wird. Er hebt hervor, wie etwas abläuft. Schauen wir uns jetzt die Übersetzungsmöglichkeiten für den ACP genauer an. Wie Desne Gladiatores in Arena Pugnantes? Ganz wörtlich heißt das, siehst du die kämpfenden Gladiatoren in der Arena? Oder siehst du die Gladiatoren in der Arena kämpfen? Eine weitere Möglichkeit wäre, siehst du, wie die Gladiatoren in der Arena kämpfen? Man kann den ACP also auf verschiedene Weise wiedergeben. Als Akkusativ mit einem Partizip. Als Akkusativ mit einem Infinitiv. Oder mit einem Wie-Satz, in dem der Akkusativ zum Subjekt wird. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Beispiele zum Üben an. Spektator Gladiatorem in Solum, Kadentem, Audit Wo ist hier der ACP? Genau, Audit ist das übergeordnete Verb, Gladiatorem der Akkusativ und Kadentem das Partizip, ein PPA. Wie hättest du das übersetzt? Beginne mit Subjekt und Prädikat. Nun fügst du das Objekt hinzu. Der Zuschauer hört den Gladiatoren. Und nun noch das Partizip. Der Zuschauer hört den fallenden Gladiatoren. Fehlt uns noch in Solum. Der Zuschauer hört den auf den Boden fallenden Gladiatoren. Geschafft! Man könnte das auch wieder anders übersetzen. Der Zuschauer hört den Gladiatoren auf den Boden fallen. Der Zuschauer hört, wie der Gladiator auf den Boden fällt. Sehen wir uns noch einen Satz an. Gladiatorem clamorem tolentem audimus Bestimme zunächst die Bestandteile des ACP. Audimus ist das übergeordnete Verb. Gladiatorem der Akkusativ. Tollentem das PPA. Jetzt probiere ihn zu übersetzen. Richtig! Wir hören, wie der Gladiator ein Geschrei erhebt. Oder auch Wir hören, den Gladiatoren ein Geschrei erheben. Noch ein letztes Beispiel. Gladiatorem inimicum vincentem crevimus Crevimus ist das übergeordnete Verb. Gladiatorem der Akkusativ. Vincentem ist ein PPA. Enimicum ein zweiter Akkusativ. Übersetzen können wir das so. Wir sahen, wie der Gladiator den Feind besiegte. Gar nicht so schwer, oder? Ich fasse nochmal für dich zusammen. ACP ist die Abkürzung für Akkusativus cum participio. Also Akkusativ mit Partizip. Bei dieser Konstruktion wird der Infinitiv des ACI durch ein Partizip, meist ein PPA, ersetzt. Wie ein ACI steht der ACP nach Verben der Wahrnehmung. Man kann das Partizip mit einem Infinitiv, einem deutschen Partizip oder einem Wiesatz übersetzen. Der ACI beschreibt eher eine Tatsache, der ACP eine Wahrnehmung. Nun hast du viel über den ACP gelernt. Schau doch mal in deinem Lateinbuch in der aktuellen Lektion nach, ob du einen findest. Viel Erfolg! Ries Benne Sukedat Viel Erfolg wünscht Anne Ries Benne Sukedat Ries Benne Sukedat